hallo und herzlich willkommen zum ersten video für landwirtschaft simulator 19 wir werden hauptsächlich erst mal 19.00 landwirtschaft betreiben weil der forst ist nicht so das wahre also erstmal nur ein bisschen landwirtschaft auf der flenz brunnen glaube ich heißt die map und wir starten mit ich sehr viel wir haben ein träger und mädroschen und bisschen über eine million und einen einzigen welt was ich schon gekauft hatte hier 21 wie man ja sieht alles andere ist noch offen wir werden heute mit dem ernten hier vom feldbeginn wir haben den john deere t von 60i mit dem passenden schneitwerk dazu unten fendt 724 mit und konsole natürlich unten doch doch sei schon kröger anhänger so steigen wir hier mal ein hängen wir das mal ab muss er nimmt jetzt noch gucken wegen den sound einstellungen so so Genau, das ist ja jetzt da oben in der Ecke. Genau, mal mit dem Häcksler mal an. Oh, da können wir ja so rüberfahren. So... Was ja auch schön ist, ist Dings hier, ne? Dieses, äh, äh... Da man halt gehexelte Stroh jetzt auch sieht. Wir müssen erstmal gucken, ob alle Tastfunktionen auch richtig belegt sind. Und würde natürlich wieder sein, wenn irgendwann ein Glas rauskommt. Dann holen wir uns natürlich einen Klaas-Mehl-Röscher. Wir wollen ja keine alten Gewohnheiten. Ich werde da jetzt, glaube ich, muss ich auch im Anschluss flügen. Wenn ich vielleicht mit den Tiefengruppen machen... Oh... Tiefengruppen... Und gleich auch gleich vergrößern. Okay, das war die Taste. Okay... Aber jetzt kann ich auch alles auf einmal. Man muss nicht immer schon Mähdröscher und Schneidwerk hin und her wechseln. Okay... Das ist... Auch nice. War das jetzt die Taste? Ja. Weil dann werden wir hier irgendwie ein bisschen als Lohnunternehmer noch ein bisschen arbeiten. Weil ich hier nebenan das Feld mal... Und... Ja... Gucken. Ich muss mir nochmal... Na ja, erstmal gucken wegen dieses Farmhaus, weil da kann man ja wohl, glaube ich, schlafen gehen. Bis zum nächsten Morgen. Bis zum nächsten Morgen. Und halt ein Silo wäre gut. Und dann kann man ja schon mal gucken wegen... Na welchen Unterstand. Denn halt... Die Kühe müssen ja mal gekommen. Ja, Spritze und das alles brauche ich ja noch. Da würde ja alles Geld kosten. Aber was ist hier mit diesem Cops-Drohr? Glaub ich war früher ein Mod. Weil man das Gehäckselte sieht. Weil hier werde ich dann gucken, ob ich das Feld auch gleich vergrößere. Bietet sich ja hier gut an. Und dann halt jetzt die ganzen Einstellungen mit dem Sound oder so. Aber so... Hat sich schon gebessert. Die Grafik... Sieht gut aus. Und was ich schon so gesehen habe mit... 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 Spuren. Hat hier unten links, wo die KMH-Zahl steht, da drüber der Schlüssel. Dass man die Maschinen warten muss. Aber ich muss wirklich sagen mit dem Forst... Wenn... Bleiben wir erstmal noch beim 17er. Machen da weiter. Hier. Weil... Der Forst ist hier echt mager. Gut wäre, wenn die Steppenbach dafür auch rauskommt. Schnell. Weil das ist eine echt gute Forst-Map, muss man ja sagen. Aber wenn wir wieder soweit sind, im 19er mit dem ganzen Forst-Projekt alles gut haben, kommt bestimmt schon eine 21er raus. Oder auch gut ist, wenn man jetzt so rausgeht. Dann ist der Sound leiser, lauter. Was passt denn hier rein? Also erstmal, wenn ich nur einen Trecker benutze... Vielleicht noch einen... Zweiten. Dann könnte der Helfer ja hier schon mal irgendwas machen. Schauen wir mal, wie er das hier rauskommt. Und dann rein schmeißen. Dann schmeißen. Dann schmeißen. Dann schmeißen. Dann schmeißen. Dad. Dann schmeißen. Dann schmeißen. Da oben. Dann schmeißen. So, dann kann die Fahrt weiter gehen, aber auch mit dem Maschinen-Sound, der dann runter geht. Ist gut. Zack. Achso, muss er noch gucken, ob er vielleicht gekallt werden muss, aber ich glaube nicht. Bevor wir erstmal Häuser machen, machen wir erstmal das Feld so weit fertig. Und dann halt so als Lohn, er vielleicht nebenbei arbeiten. Dann braucht er ja für die Kühe eine Wiese, also Gras, Stroh, Silage. Okay, ich muss ja auch mal wieder reinkommen. Von daher. Mal schauen. Brauche ich dich noch ein paar Felder? Vielleicht so drei? Oder halt jetzt hier drin auch, ne? Der Joystick ist animiert. Von außen der Manneking. Zack. Hat schon was. Mal gucken, was da für Preise gibt. Für... Was ist denn denn? Weizen? Ja, sozusagen Weizen. Oh, ich bin doch schon als Silo kaufen muss. Hätteschön. 12 Leben Jечатli 活ig 2 3 Ach, Roggen. Okay. Das hat Roggen-Zeichen. Okay. Jetzt muss man erst mal riesen. Das wird noch nicht schön dauern. Das wird noch nicht schön dauern. Ja, denn danach, wenn wir dann erstmal hier gleich tiefen Gruppen, muss ich mal gucken. Dass ich auch dann am Ende wieder 100% ausbekommen. Und ich glaube, umso mehr die... ...reperaturen näher rückt, umso langsamer wird er auch. Also umso weniger leistungsfähiger ist er. Aber geht ganz schön runter. So, dann kommen wir hier oben an. Ach, ich glaube, wir kommen da noch ein Stück ungefähr bis zum Traktor. Na, nicht ganz, wa? Fangen wir mal hier hin. Aber da bitte nicht nur reisen. Aber das ist doch kein Roggen. Ähm. Feldfrüchte. Mais, Hafer. Warte. Warte mal. Warte mal. Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Hafer, Ölrettich, Kartoffeln, Zuckerrüm, Pappeln, Zuckerrohr und Baumwolle. Hä? Roggen gibt's doch gar nicht. Oder was stand da wohin? Äh... Weizen. Gibt ja nicht viel, ne? Gibt ja nicht viel, ne? Äh... 461, 500... 400... Oh, hier 600... hafen wo ich denn da hafen nord hafen nord das ist ein ganz schön weiter weg was ist hier und auch hier oben okay so so Dann fahren wir gleich mal zum Hafen. Das war jetzt irgendwo da. Lassen wir nämlich hier gleich mal kurz den Helfer fahren und dann fangen wir weg zum Hafen. Den Sensor R kann ich auch schon mal weitermachen. Dann fahren wir hier mal so ran. Genau, hinter mir die Straße. Macht er denn da? Ach egal. Hinter mir die Straße. So, und dann... Links... Oh... Oh, ich... Hier gibt's keinen... Ausgang? Ach da. So, rechts... Gleich wieder links. Den geht gleich wieder links. Ne, ich mach ja schon Platz. Und wenn die Straße einfach voll, dann komme ich genau dazu in den Kreisverkehr rein. Ja, Verkehr ist immer noch ein bisschen langsam und laut. Wir haben jetzt 20.000. Mal gucken, was wir dafür bekommen. Oh. Oh. Na, ein kleiner, kommst du hier hoch? Oh. Oh. unten ist schon der Hafen. Oh, oh, oh! Oh, hier ist auch eine Tankstelle, gut zu wissen. Das muss ich hier rein. Dann war das irgendwo hinten an der Arsch daheim. Mal hier lang. Mal hier lang. Jungs, räumt mal hier auf. Shit, ja, alle sind weg. Ah, jetzt bauen wir nochmal. Hui. Wo kann ich denn hier was abkippen? Oh ja. Hallo. Ah, hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Mal gucken, ob wir pro Anhänger kriegen. Bei 600. Irgendwas. 13.000 äh, wo kam ich hier rein? ah, hier so komp, nix boah, ist der verkehr laut folgen sie ein kilometer den straßenverlauf fertig, gut oh, der ding wollte mal zum tiff fahren ey, dein auspuff ist ab genau dann hier, glaube ich, rum am ende rechts und gleich wieder links der helfer steht oh, verblinken vergessen fangen wir da oben wieder rein oh nutzen wir mal diese Feldeinfahrt hier zack ich komm hat noch einen kleinen streifen stehen lassen benötigkeit ah, verdammt also nochmal 13.000 hätte ich nicht ganz bekommen muss gefühlt werden und benötigt Kalk, ok Kalk, ok dann dreschen wir das jetzt schnell auf fixende und und dann halten muss ich doch noch ich gucke habe ich hier nebenan gleich eine feldmission habe bringt dann ja auch noch ein bisschen money 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 alle häuser sind in planung liegen beim architekten vor was auch nicht schlecht ist mit den vögeln hier die auf dem feld manchmal aufsteigen bringt so ein bisschen leben rein also ganze anhänger voll würde das nicht also noch mal 8 9000 die bei die 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 Vielen Dank. 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 Ich kann ja mal gucken. Okay. Ja, speicher. 22... 20... Ich würde dafür... ... 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